Hallo erstmal und herzlich willkommen Freunde der MMORPGs. Heute wieder ein Video von Throne & Liberty und heute geht es um den Patch 1.60. Der ist ja am 6. November ca. um 22.30 Uhr PT, also 5.30 Uhr UTC aufgespielt worden und die Service-Downtime dauerte ca. 2 Stunden. Es beinhaltet Stabilitäts- und Backend-Service-Verbesserung und außerdem gibt es zwei neue Events. Das erste neue Event, Steuerlieferungsereignis, so heißt das und da müssen Gilden versuchen, ihre Steuerlieferung, die sie aus dem Gebiet eingenommen haben, zu verteidigen. Das Event funktioniert folgendermaßen, es werden von der herrschenden Gilde erstmal alle ersten Verteidiger ausgewählt, die die Steuerlieferung dann halt planen und starten können. Also das heißt, die regierende Gilde kann die Steuerlieferung zwischen 14 und 1 Uhr der lokalen Surferzeit planen und wenn ihr wissen wollt, wann und wo und wie das funktioniert, dann schaut mal auf die Karte und prüft dann den Zeitplan untertäglich, da sollte das dann drinne stehen. Die Steuerlieferung ist ein großes Gildenereignis, bei dem die herrschende Gilde eine Karawane mit Steuern beschützen muss. Das ist ja die Steuer aus ihrem Gebiet, was sie erbeutet haben und wenn sie damit erfolgreich sind, vom Dorf Vienta bis zum Schloss Stoneguard ihren Steuertransport durchzubringen, dann erhalten sie eine große Belohnung in Form von Lucent oder Solent. Wenn jedoch aber eine angreifende Gilde oder Spieler die Lieferung vereitet oder eben halt erbeutet, dann gibt es die Belohnung stattdessen an alle Teilnehmer außerhalb dieser Allianz der ersten Verteidiger. Im Detail, jede Steuerlieferung beginnt damit, dass die herrschende Gilde ein Mitglied auswählt, das zum Steuerlieferungsgolem wird, nennt sich Titan Cargo, hat auch mächtige Fähigkeiten, um sich gegen die Spieler zu wehren. Denn die wollen ja ein Stück vom Kuchen abhaben und den Golem besiegen. Das heißt also, ihr braucht Kommunikation und Koordination, weil das entscheidet auch über Erfolg oder Misserfolg der Lieferung. Die angreifenden Gilden müssen, um den Golem zu besiegen, den Sealing Stone zerstören, aber, und jetzt kommt das große Aber, der Titan Cargo, der ist ja nicht ganz wehrlos, denn der ist geschützt durch Barrieren, der hat Bombenträger, der hat Archeumritter und auch die Debuffs von dem Chaos Golem sind nicht ganz ohne. Das heißt also, ihr müsst euch hier gut vorbereiten, um die Steuerlieferung zu stoppen oder gut vorbereiten, um die abzusichern. Das zweite Ereignis, was mit der Version 1.60 reinkommt, ist das Burgbelagerungsereignis, nennt sich auch Castle Siege und das erste Castle Siege Event findet am 17. November statt. Das ganze Event funktioniert folgendermaßen, zu Beginn der Belagerung haben die Gilden also eine Zeit von 45 Minuten, um den Sieg zu erringen und die Angreifer, die müssen in die Burg stürmen, dabei müssen sie halt auch die Tore durchbrechen, um den Thronsaal einzunehmen. Ja, aber wenn ihr jetzt denkt, dass das einfach ist, dann glaubt mal, wird es nicht sein, denn da gibt es ja auch die Verteidiger und die werden euch die Hölle heiß machen. Sollte also nach Ablauf der Zeit, also von 45 Minuten, das ganze Territorium, beziehungsweise der Thronsaal noch umkämpft sein, dann geht das in eine spannende Verlängerung von jeweils drei Minuten. Und das kann natürlich über den Ausgang der Schlacht dann halt auch entscheiden, weil in drei Minuten kann in solchen Situationen viel passieren. Was also sehr entscheidend auch in dieser Burgbelagerung ist, beziehungsweise auch sehr unterstützend wirkt, sind die strategischen Orte wie Belagerungsruinen. Denn die Auberung dieser Ruinen bietet nicht nur Teleportations- und Wiederbelebungspunkte, sondern ihr als angreifende Gilde könnt auch mächtige Belagerungsgolems beschwören. Da gibt es zum Beispiel den Stonecrasher, den Battlecarrier, den Gatehammer oder den Jumpattacker. Und die bringen einzigartige Fähigkeiten mit, von der Zerstörung von Burgmauern bis hin zum Transport von Spielern. Also ziemlich interessante Geschichte und sollte man auf jeden Fall nutzen, sonst kommt ihr da nicht rein. Wichtig ist, dass der Angreifer sich erstmal im komplexen Grundreis des Schlosses auskennen muss. Denn da gibt es auch ein Abwassersystem, was Raum für Überraschungsangriffe des Angreifers bietet. Oder ihr habt die Möglichkeit, durch die Betätigung von Torhebeln zur Kontrolle von Zugangspunkten zu nutzen. Die interessanteste Sache auf dem gesamten Schlachtfeld sind die verstreuten Plünderungssteine und Auferstehungssteine. Denn die bieten die Möglichkeit, Ressourcen zu stehlen oder eure Position zu stärken. Ja, wenn ihr euch dann halt mit den meisten Gilden gut absprecht und koordiniert, dann wird es einige Gilden, die sich dann darauf konzentrieren, die Macht im Thronsaal zu übernehmen. Während die anderen angreifenden Gilden die Bründerungssteine oder die Auferstehungssteine einnehmen, um Sollent und Lucent aus dem Schlossgewölbe zu stehlen. Auch wenn die herrschende Gilde die Kontrolle behält. Das heißt also im Umkehrschluss, dass ihr mit ein bisschen Geld und Lucent nach Hause geht, wenn ihr trotzdem die Blagerung verlieren solltet. Ja und hier kommt dann auch die Strategie und die Taktik ins Spiel. Genauso wie, was darf nicht fehlen, die Politik. Ihr müsst also Allianzen bilden, um gemeinsam zu herrschen oder gemeinsam zu erobern. Das war es auch wieder von mir mit dem Patch 1.60. Wir sehen uns im nächsten Gameplay angespielt oder im nächsten Livestream. Macht's gut, tschüss.